guten tag leute und willkommen zu einem weiteren daily vlog von mir wir haben es jetzt gerade 20 vor sechs ich bin wie immer spät dran und leute heute steht wirklich was mega 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 heftig gesagt und zwar wir erreichen heute oder ich hoffe es zumindest aber ich bin mir ziemlich sicher dass wir heute die 50.000 abonnenten erreichen also die waren schon halb gestorben aber die haben es wirklich lange ausgehalten also die schweben noch und ich habe natürlich hier noch eine kanone vorbereitet also gleich geht wirklich die party ab leute ok leute 49.900 also ich bin schon mega halb wird weil das ist einfach die hälfte von 100.000 abonnenten alles gar nicht realisieren das ist so heftig ich würde sagen wir warten jetzt noch ein bisschen und so lange gehe ich eben nach unten und kira ist natürlich auch hier wieder im start die sitzt wirklich immer so ich weiß gar nicht das ist ein bisschen komisch genau ja okay ich lasse ich übrigens meine eltern gerade eben nach hause gekommen und die waren wohl fett einkaufen und haben mega viele weihnachtssachen gekauft hier zum beispiel so mega coole weihnachtsgoogeln und hier haben die noch eine mega lange lichterkette gekauft also ich weiß übrigens immer noch nicht wie man diese teile nennt aber ich würde sagen wir gehen jetzt erstmal wieder nach oben denn hier unten gibt es eigentlich nichts besonderes also habe eigentlich nichts besonderes zu erzählen ich meine was soll man an dem montag erzählen man war in der schule kam nach hause man hat gegessen und mehr ist eigentlich auch nicht passiert aber leute ich würde sagen kommen jetzt wirklich zu einem 50.000 abonnenten ich habe auf dem handy so eine app da kann man halt sehen wie viele abonnenten genau man hat und gerade liege ich bei 49.985 sind dann noch 15 abonnenten dann haben wir 50.000 abonnenten und leute damit wir nicht länger warten wissen würde ich sagen mache ich jetzt einfach mal schnell eine insta story und da kriegen wir auch sehr schnell die 50.000 abonnenten voll ich würde sagen ok leute insta story ist gemacht und jetzt muss ich mich echt ein bisschen bei allen die kamera aufstellen und so weil das könnte jetzt echt schnell gehen bei mir fehlen wirklich nur noch neun abonnenten leute also sind auch hier bei 49.900 ich bin gerade so hype das ist so heftig gerade oh mein gott leute die 50.000 abonnenten leute das muss gefeiert werden oh mein gott alter ja aber jetzt gibt es noch einen kurzen rückblick let's go oh mein gott aber scheiß drauf wir haben die 50.000 abonnenten oh mein gott danke für euren ganzen support ich schätze das wirklich sehr und leute wir dürfen die ballons natürlich nicht vergessen ich weiß ehrlich gesagt nicht wie ich mich bei euch bedanken soll leute 50.000 abonnenten das ist einfach die hälfte von den 100.000 abonnenten das ist eigentlich alles ein traum das ist richtig heftig vor allem alle sachen die ich bis jetzt erlebt habe nur wegen youtube das ist alles so wegen euch ich habe das alles nur wegen euch erlebt also wenn es euch nicht gäbe dann würde ich das ganze gar nicht erleben aber leute an dieser stelle würde ich sagen beende ich jetzt auch mein video wenn du noch kein abo da gelassen hast du hast jetzt gerne ein abo da und werde ein teil von der it's me army es wird sich wirklich mega lohnen leute jeden tag ein neues video ich habe bock drauf und wenn ihr auch darauf bock habt dann abonniert mich einfach also ich muss jetzt erstmal das ganze hier aufräumen und ich würde sagen wir sehen uns morgen wieder und danke für alles leute und ciao das war ja 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 ja